und herzlich willkommen wieder bei strg command war eigentlich wohl mit den achsenmächten und mal sehen ob diese runde unter anderem von moskau besser läuft aber dann erst mal bei den finnen weiter an verstärken euch hier erstmal alle der panzer macht ja gerade nicht viel irgendwann kommt mal eine runde wo wir dem reiter dann auch so viel schaden verpassen dass er besiegt wird und irgendwann nehmen wir auch mal diese stadt ein so dann habe ich auch gesehen natürlich hier sind noch garnison von der zeit als die hier rein vorgestoßen sind wir könnten demnächst weg aber das würde ich eher später machen erstmal hier direkt und da ist dann die frage er nimmt diesen ort am besten ein würde sagen der tiger würde ich auch die meisten fähigkeiten zutrauen den zu halten und nehmen doch das chor ich meine wir brauchen ja auch hier vorne das offensive potenzial unserer truppen wenn wir eine versorgung von vier ist ja kuh müsste eigentlich noch mal aufrücken auf dieses feld von der artillerie hier aber dann habe ich glaube ich acht sieben sechs fünf genau dann können wir auch hier acht machen ja wie geht man jetzt direkt bei moskau vor etwas langsamer und geordneter und die bomber schon nicht schlecht diese einheiten da loszuwerden haben dieser panzer da könnte echt ärger machen ja sonst sichern wir hier erstmal ein bisschen unsere flanke du kriegst auch einen bomber hat zwar keinen schaden gemacht müsste aber die moral einigermaßen gesinnt haben und jetzt kommt der der schaden macht und das war jetzt alles noch nicht so überragend bevor es weitere bomber gibt möchte ich erstmal sehen hier haben wir die artillerie so gerade in position dass wir vielleicht die erste befestigung schon mal auseinander nehmen können das scheint schon mal ganz gut zu klappen ja gut das war schon mal mit das wichtigste ziel sonst kriegst du halt noch ein bomber aber jetzt bitte keine ausreden mehr schön so lohnen wir die linie da auch schon mal ja das akku an vorziehen aber wohin mit der artillerie natürlich hoffen dass die armee das hier überlebt mal ein bisschen schauen okay hier sind halt die schweren panzer aber da oben sind nur kurs das heißt da oben entlang passt er schon wir könnten halt auch nach süden stoßen und das akku attackieren aber weiß nicht am nächsten runde eine versorgung von sechs auf dem feld einfach mal riskieren und da rangehen und hier mit den armeen aufrücken mal verstärkt werden wir hier noch ziemlich genau einen bomber der aber nicht so direkt irgendwas erreichen kann der jäger vielleicht schon mal aufrücken und dem auf jeden fall den ort schon mal und ein panzer da weg und im zweifel können wir versuchen das noch mehr nächste runde alles zu zerschlagen und dann von hier oben moskau zu erobern was ja im moment einfacher erscheint mal sehen wie gut sich hier unser panzer hält ja garnison werden demnächst nochmal also zum ende dieses zuges hin neu überdacht hier würde ich sagen attackieren wir schon mal diesen ort sehr gut die italiener machen ja auch nicht ganz gut boden so und auch hier ist so ein lästiger panzer am weg nebenan unser eigener panzer wird nicht viel tun können weil der ach was aber warte wir könnten den ja einkesseln versuchen aber wohl 4-3 dafür dass der dafür dass unser panzer nix hat und der die ganzen upgrades ist das finde ich ein sehr guter wert so dann kesseln wir die hier mal und wie dahin ja 0 0 also den ort werden wir dann auch demnächst haben und die adlare geht dahin dann die rumänen ähm könnten mittelfristig dahin aber vielleicht auch erstmal nach kursk aufrücken wenn es so weiter geht können wir hier moskau noch von süden angreifen das ist gerade echt die von wo erfolg ist die von ihren leider alle erfahrung das ist nicht ganz so schön so 9 4-1 eink nach kursk scheint schon mal frei zu sein so äh versorgungstechnisch warte von diesem feld 10 oder von 2 weiter vorne 8 ausstoßen ist glaube ich egal dann sollst du auf jeden fall näher bei deiner eigentlichen truppe sein ja dieser abschnitt gefällt mir gerade sehr gut muss ich sagen kommen wir jetzt hier hin ähm posthof wurde erreicht aber zum teil mit hohen verlusten bei der luftwaffe und jetzt würde ich gerne dass unsere größere gruppe nach stalingrad umschwenkt also die deutschen und die spanier werden hier nach süden ziehen unter anderem dieser königstiger kann auch bestimmt schon den ort erstürmen wenn auch nicht ganz alleine also ein bisschen hilfe ja die stehen ja wahrscheinlich auch schon ganz schön in starken zahlen rum also der abfangjäger den wir da haben müsste erstmal geupgradet und verstärkt werden im kern alles was bei uns fliegt kann vielleicht einen anbieten zur hilfe gar kein abfangjäger da wenn man es vorher gewusst hätte gar kein abfangjäger da wenn man es vorher gewusst hätte aber insgesamt finde ich ein schöner treffer Eisenbahn ist da sogar intakt aber natürlich können wir gerade niemanden direkt da hinstellen weil Feinder der sofort sind so ich würde sagen du kommst auch hier entlang mit wo könnte es hier der Armee Armee vernichten hat dann vielleicht doch noch Vorrang wenn wir dann vielleicht einmählich hier schon mal um Rostdorf herum freiräumen können dass das Haku da rein kann dann du kommst hier mit den deutschen Truppen mit ich würde ich sagen nehmen wir mit irgendwer muss natürlich trotzdem noch diese nördliche Flanke da decken wo vielleicht du bist noch eine spanische Einheit hier bist eine spanische Einheit du bist auch mal rüber mit zu den Spaniern ach wir hätten hier noch eine Kuh stimmt du mal dahin und du äh und du kommst du auch mit nach vorne? Fragezeichen gut ich könnte ja schon ja so viele Haku's hier in der Gegend ich würde das auch nochmal eben offen lassen weil die haben wir ja schon zwei für die deutschen Truppen Spanier kann glaube ich seine Leute auch alle kommandieren also eigentlich sieht das hier doch ganz gut aus wo es weniger aus gut aussieht ist natürlich diese Ecke überlegen den Bomber hier raus zu bringen und zum Beispiel den hier zu geben weil die haben bisher gar keinen mittleren Bomber nur taktische und ne doch sie haben ach ne einen mittleren haben sie hab ich übersehen ah nein dass ihr den lieber kriegt weil da steht der ja doch nur rum und so ähnlich ist das hier diesen Bomber können wir quasi auch nicht einsetzen weil da so viel feindliche Luftwaffe ist du unterstützt mal die hier jetzt an den entscheidenden Fronten na du kommst ein bisschen mit in der Kuhs mit aber wir waren eigentlich hier drüben wo der jetzt in Sicherheit laufen kann und er schießt hier ein bisschen weiter müsst verstärkt so gut warum nicht einfach meinen Ort angenommen ist vielleicht ein bisschen Entlastung hier in der Gegend da ist nur ein Chor drin ich dachte jetzt eigentlich da sei da sei ein falscher Mega oder sowas drin die sind wohl dann hier irgendwo durchgelaufen versuchen wir den mal zu belagern demnächst so wir haben hier eine Gruppe Partisan gekriegt ihr attackiert einfach mal das Flugzeug so ihr könnt jetzt die da raus nehmen hier rückt mal da lieber auf da scheitern wir doch nicht mal durchs Gebirge zu gehen so dann haben wir hier noch eine Einheit über die man verschieben kann nachher und den hier gibt es natürlich auch noch der hier drum herum fährt dann mal eben mit den Garnisonen checken ja wir haben in diesem Gebiet hier noch ein paar zu wenig aber hier zu viele dann schon ganz gerne wenn möglichst alles abgesichert ist so unter dem Ort da wo das Akku drinnen steht so da unten da funktioniert die Eisenbahn aber noch nicht dann diese beiden Orte so geh jetzt mal zurück auf ein Eisenbahnnetz dann haben wir hier noch eine Garnison ja es sieht zumindest schon mal besser aus als vorher würde ich sagen wir haben hier theoretisch natürlich auch noch jemanden ah hier in dieser Zwischenstadt genau da fehlt ja auch noch einer gut äh lassen wir das mal so dann ja wir können auch dieses britische U-Boot jagen aber ich glaube nicht dass wir das jetzt so schnell finden wird sich irgendwo versteckt halten hänische Armee da ok im Zweifel noch ein zwei Garnisonen so spannender dann was machen wir gegen England auf jeden Fall unsere Schiffe meinetwegen so mit ein bisschen über Stärke warum nicht alles soweit verstärken und upgraden wie es geht bitte dann sammeln dann sammeln und in den nächsten paar Runden wieder raus fahren und gesund du fährst mal da und dann was haben wir hier noch auch schon wieder recht gesunde Schiffe dann sammelt euch mal eben hier drüben alle wieder hier hatten wir noch ein Schiff ja genau stimmt da war das feindliche U-Boot da war ja was da war ja was so die wurden sonst die Schiffe repariert Upgraded so hier geht hier mal in den Jagdmodus weil ich meine doch die letzten Runde hier irgendwas erwischt also gibt es wahrscheinlich irgendwas wieder auf dieser Linie und dann sind wir in England wir können manchmal einen dieser Schrottjäger wieder reparieren aber es geht natürlich einfach ins Geld auf Dauer also wir nehmen hier schon mal aus den Städte ein ich erwarte jetzt eigentlich keinen Widerstand läscht da jetzt nach dem Norden du nimmst die Stadt schon mal und du kannst dahin mitkommen so die Hakus hat das jetzt ja der vorderer hat 8 der hinterer hat auch 8 ich hatte jetzt nur 5 ähm das ist alles noch nicht optimal ich habe es in Glasgow eher aber nur Industrie und solange wir von hier unsere Versorgung bekommen ist ja nicht so entscheidend Luftchancen haben wir ja nicht aber wenn die Kors hier irgendwann alle zu entstoßen können wir hier rüber ja noch attackieren wie sieht es an der Südseite Englands aus? oh so diese Armee da die ist glaube ich auch neu erschienen können wir auch gleich wieder rauswerfen außer sie flieht ins Hochgebirge wo wir nicht hinterher kommen das kann hier vielleicht auch mal irgendwo hin wo sie möglichst viele Einheiten beschützt so kannst du meinetwegen hier auch mal ein bisschen aufrücken ja mal sehen ob wir die Kraft haben da demnächst irgendwo durchzubrechen schön wäre es ja aber mal sehen ja dann haben wir noch dieses eine deutsche HQ ich würde sagen solange es keinen besseren Plan gibt läufst du hier einfach mal mit so dann Forschung läuft eigentlich alles das heißt wir können kaufen 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 und das können wir auch durchaus benötigen denn das bei Moskau wird wahrscheinlich noch einiges an Einheiten benötigen oder wenn man mehr nach England werfen will lassen wir die Mobilität mal weg ich würde zumindest noch eine Armee kaufen auch wenn die noch keine Upgrades hat gut Italien hat da nichts mehr ja dann würde ich sagen sind wir bereit für den nächsten Zug und schauen mal ob unsere Einheiten hier vorne sich schon mal behaupten können das wäre zumindest schön aber wir werden so oder so da wahrscheinlich noch mehr hinpumpen müssen und wenn mal Geld über den schweren Bomber zurück kaufen natürlich auch auf 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 es ist irgendwann mal regnen in England entfällt auch ein abfangjäger dann in schotten gebrauchen Ja, hier und da attacken. Der Spannende ist jetzt, überlebt dieser Panzer da vor Moskau. Wir gehen aber gerade sehr offensiv raus. Okay, der Panzer wird es nicht überstehen. Das heißt, wir werden erstmal wieder sehr langsam und vorsichtig von der Nordseite daran arbeiten. An der Stelle nicht gerade, ist eine Spezialeinheit weggeschickt. Na, na, wie auch immer. Und jetzt spawnen uns das alles wieder schon direkt vor der Nase. Unsere U-Boote überfallen tatsächlich irgendwas. Ja, eine Armee, Panzer, Partisanen. 16 MPP, immerhin. So, neue deutsche Garnisonen. Ja, ach, die falsche Mieger. Okay. Dann habe ich draufgegangen und ein Korps. Und ein italienischer Marinebomber. Na ja, gut. Wir fangen erstmal wieder ganz entspannt in Finnland an. Irgendwann werden sie diese Stadt auch mal erobern. Hoffe ich. Einfach mal so. Und gegen den können wir nichts ausrichten. Ja, danke, liebe Finn. Wir sind in Moskau. Hier gerade hier könnten wir vielleicht das 1HQ noch gebrauchen. Wenn schon jetzt nicht alle Flieger drin sind. Also, wir könnten versuchen mit unserer Artillerie hier die nächste Befestigung zu stürmen. Sehr gut. Und dadurch, dass wir hier stehen, haben wir jetzt auch die Eisenbahnen zu diesen paar Orten noch abgeschnitten. Das heißt, deren Versorgung wird schwächer werden in nächster Zeit. Na ja, die beiden Panzer hier sind immer noch das größte Problem. Kommen wir vielleicht schon in den Ort rein. Wenn wir unsere Luftwaffe dazu einsetzten. Wir haben den Panzer. Und wenn der es nicht bringt, könnten wir den hier auch nicht ranbringen. Ach, die Versorgung in dieser Gegend ist einfach... Wir müssen uns mehr in diese Eisenbahn hinhalten. Hier ist zu viel weit dazwischen. Jetzt kommt plötzlich ein Abfangjäger. Also, da bis eben war die Flugabwehr. Ja. Okay. Okay. Also, wenn wir hier anhat, wird wahrscheinlich draufgehen, die da jetzt steht. Das möchte ich nicht schönreden. Aber es ist, denke ich, doch ein sehr guter Erfolg. Und der Armee, da kommen wir nicht direkt vorbei. Aber wenn wir schon mal das Chor hier auch aus dem Weg räumen könnten. Ich hätte auch keine großen Angriffschancen. Ja, dann sammelst du dich mal da vorne mit. Aber wir müssen dann vielleicht als nächstes sehen, dass unsere Luftwaffe vielleicht dann die Armee aus dem Weg räumt und wir auch noch hier einen HQ reinbringen, das dann auch über diese Eisenbahnversorgung mit sich führt. Und dann klar, wir haben uns schon mal in die Nebenstadt vorgeschoben. Das ist ein Erfolg, aber man sollte es nicht überbewerten. Und dieses Flugzeug nicht vernichten. Also, die Garnison steht da schon gut. Dann haben wir die Italiener. Die könnten ja noch ein bisschen nach Norden ziehen. Gut, selbst wenn das heißt, dass jetzt ein, zwei Einheiten von denen drauf gehen werden. Ich finde, ein paar Flugzeuge weg, die sind schon ziemlich teuer. Das lohnt sich durchaus. Na gut, ich meine, der Panzer ist auch tot. Aber das war ja sowieso schon so gut wie. So, wir kommen da noch nicht rein. Natürlich ist auch unter anderem unsere Versorgung hier drüben. Ja, überschauen wir. Aber in den ganzen 0-0s. Von nah zu 0-0. Okay, wir versuchen das nächste Runde. Wenn wir dann auch unsere Artillerie da haben. Oh, der Bomber hat 0-1. Aha. Ja, nächste Runde wird das, denke ich, uns gehören. So, du kannst vielleicht ein bisschen da hin. Und ihr sammelt euch hier weiter. Das ist ja eine ganz schöne italienische Truppe inzwischen. Wenn wir den Ort haben, können wir mit denen wahllich hier weiter nach Norden ziehen und dann vielleicht wirklich noch bis Moskau kommen. Zeitgleich die Rumänen müssen ja nur noch gar in die Sohn überrennen. Und dann mit in Kursk. Oh, äh. Schöne Flächenwirkung in der Aufdeckung nebenbei. Ach, stehen die ja alle. Nicht stark. Aber ja, wir könnten versuchen, mit diesen Verbänden einfach weiter nach Norden zu kämpfen, würde ich sagen. So, dann brauchen wir trotzdem irgendjemanden, der das deckt, die uns da einfach reinlaufen. Hier, das, da ist noch eine italienische Garnison über. Scharkow will ich vielleicht auch noch jemanden haben. Ich habe zum Beispiel noch diese finnische Garnison. Ja, die haben zum Teil Versorgungsprobleme. Wenn wir den Ort haben und einen HQ reingeschoben und so, dann würde das in den nächsten Runden schon besser werden. Das heißt, naja, ich denke mal, man kann es vorüber gehen zu lassen. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, einen Ort mal ohne zu großen Konflikt zu nehmen. Angenehme Abwechslung. Also, die Spanier versuchen irgendwie hier lang zu kommen. Man sieht schon, die stehen hier auch ganz ordentlich. Wir haben hier eine schöne Linie gebildet. Nächstes Ziel für uns müsste eigentlich dieser kleiner Ort hier sein. Der Versorgung halber. Und da kann man vielleicht auch die Befestigungsanlagen umgehen. Oder wir versuchen irgendwie ganz im Norden drumherum zu gehen. Aber ich glaube, hier entlang ist besser. Aber wie genau? Machen wir sonst erst mal die Spanier. Noch ein bisschen hier helfen. Ja, ihr sammelt euch hier unten und werdet demnächst diese Orte angreifen. Ja, dann die Deutschen. Also, die beste Stelle für den Flussübergang sind wahrscheinlich diese Pioniere. Aber wir können es auch mit sehr roher Gewalt versuchen mit den Tigerpanzern und den Bombern. Natürlich, der ist die Luftabwehr dahinter. Unser eigener Jäger. Hier muss erst mal noch verstärkt werden. Hm. Und wie unschön. Na gut, ich will es mal versuchen. Ja, habe ich in unserer Luftwaffe halt Ja, sie hat immer sehr viel erreicht bisher. Und dann vielleicht zusammen mit den Königstigern. Wer weiß. Auch wenn das natürlich gewisse Verluste gerade alles mit sich bringt. Und noch nicht ganz so erfolgreich ist. Und der natürlich nicht hinkommt. 2-0. Hm. Okay, wir können ihn beschädigen, aber nicht schlagen. Aber wir könnten also versuchen vielleicht die nächste Runde ihn zu schlagen. So, und unsere Panzer brüchten auf Dauer aber auch mal einen Moment Ruhe. Die sind ja alle sehr gut am Schaden austeilen hier. Ansonsten, ähm Wirst schon mal hier rein verlegt. Artillerie nach vorne. Auf irgendeine dieser Befestigung werden wir dann schon schießen. 9-2-1 Du kommst auch mit. Wahrscheinlichsten würde ich hier in diesen Ort reinbrechen. Dann diese Verteidigung von Süden umgehen. Und, äh Nach Starlingrad selbst ziehen. Soweit bisher zumindest die Theorie. Oh, du kannst hier auch mitkommen. Und Luftwaffe hinterher, soweit möglich. Du kannst mal ein wenig zu den Spaniern und daraus helfen. Du kannst noch, ach komm. Mit nach vorne und dann versuchen wir es nochmal. Oh, dieses ist Haku. Ich würde sagen, du wirst dann doch verlegt hier drüben hin. Warte. Andererseits inzwischen haben wir keine Probleme mehr beim Kommandieren. Was daran liegt, dass natürlich auch ein paar Einheiten gefallen sind. Also du kommst einfach mal mit. Und du kannst ja mittelfristig dann zum Beispiel da. Und von da irgendwie die Versorgung boosten. Oh nein, hab ich gerade. Ach ne, der hat immer noch acht. Das heißt, der wird von irgendwen geboostet. Wie auch immer. Ich hatte schon Angst, weil ich jetzt den da rein gebracht habe, dass ich das ganze Spiel durcheinander bringe und jetzt nur noch der geboostet wird. Und der hier nichts mehr bringt und unsere ganze Front da vorne zusammenbricht. Zum Glück ist das nicht passiert. Gut, ihr geht überall weiter voran. Ihr, wir haben zumindest einen Angriffsplan. Hier, 1, 1. Truppen direkt vor unserer Nase gespawnt. Dort aber ehrlich gesagt erst mal wieder aufgeben. Wir entfernen uns halt einfach zu weit von unserer eigenen Versorgungsquelle. Nämlich Baku und Rommel halt. Ähm, ja. Die Sohne versuchen irgendwie, den da zu belagern und vielleicht zu schlagen. So, ihr. Mich zurück und diesen Ort da beschützen. Jetzt musst du da rein, damit uns da keiner durchläuft und du versuchst, den Panzer aufzuhalten. Der ist doch auch hier über. Genau, geh du mal da rein, damit das auf jeden Fall geschützt ist. So, ist das britische U-Boot bei Zypern? Ja, tatsächlich. Ist eine Boot irgendwie dann vorbeigefahren, ohne es zu sehen. Naja. Hm, da ist noch eine italienische Armee. Du gehst hier zu den anderen Italienern in die Nähe. Die schlagen sich hier ja ganz gut. Mal sehen, wenn die gemeinsam mit den Rumänen noch mit denen fertig werden, dann wäre das eigentlich ein ganz netter Erfolg. Tja, und wir sind wieder in England. Mal sagen, der gesunde Jäger kann vielleicht auch mal hier drüben hinwandern. Wir brauchen hier anscheinend ständig Unterstützung. Selbst da oben ist noch ein Bomber. Hier entständig so viele Einheiten. Können die nicht mal aufgeben. 15 Prozent. Gehabt. Das hätte die Einheit auch vernichten können. So, jetzt wäre der Weg mal frei auf einen Haq zu schlagen, wenn einer hinkäme. Kommt aber natürlich keiner hin. Fast schon erwartungsgemäß. Du kannst vielleicht erst mal wieder in die zweite Reihe zurück. Kommen wir auch das 1-1 mit. Also natürlich 0-2 gegen uns. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal durchkommen, aber wir könnten auch einen neuen Satz Truppen dafür gebrauchen. Derweil Upgrades. Wer möchte. Upgrades und Verstärkung. Kann es sein, dass unsere Flotte in so einem strottigen Zustand war. Was jetzt rund und lang in den Häfen sind. Hier drüben ist jetzt inzwischen fast alles erobert. Da kann also nichts sein. Ich würde sagen, ihr fahrt erst mal hier unten mit lang. Und sammelt euch mit den anderen Schiffen, die gerade jetzt noch Verstärkung und Upgrades und alles gekriegt haben. und hoffentlich nächste Runde mal wieder einsatzfähig sind. Aber wir könnten hier auch hier, ja was soll ich sagen, jede Menge neue Einheiten gebrauchen in England. Russland auch, gerade von Moskau. Hier irgendwie zur Absicherung, da zum Vorstoß. Also natürlich kampffähige Truppen. Eine strategische Bombe. Können wir ihn so anbringen, dass er wirklich einen Mehrwert hat im Moment? Wir haben hier eigentlich zu viele Orte drumherum. Obwohl hier zum Beispiel sind jetzt nicht so viele. Ja gut, komm. Aber erst mal Panzer und so ein Kram. Er hat ja auch eine Riesenreichweite. Dann 25 Felder. Das ist einfach verrückt. Ja, sonst weiter Einheiten und jetzt vielleicht auch ein bisschen Masse. Nein. Ich habe gerade schon extra die Mobilität gespart. Aber okay. Auch Italien. Wir brauchen jetzt einfach Einheiten auf dem Feld. So viele wie möglich. Ach ja. Wen vergisst man immer. Dann trifft das natürlich besonders die Truppen, die nur sekundäre Aufgaben haben. Nachher und euch. Natürlich gibt es auch noch. Aber gut. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit für den nächsten Zug. Ach, weiterentwickelter Panzer. Das ist mal eine der guten Nachrichten. Wir nehmen mich auch noch einmal alle deutschen Panzer dann aufs Maximum upgraden. Und da fährt das U-Boot wieder weg. Ich bin voll verstärkt, aber die sind natürlich trotzdem insgesamt schwächer und hier heizt ein sowjetischer Panzer durchs Gebirge. Das kann natürlich nicht gesund sein. Wir wischen die geschwächte Armee doch noch. Es regnet natürlich überall, nur nicht in Englands Helbst. Jetzt denkt man, man hat sie bald, aber dann nehmen sie doch wieder Runde-um-Runde-Einheiten hier aus. Ja, das mit England wird sich wohl noch eine ganze Zeit lang ziehen. Artillerie ist natürlich offensiv gedacht, aber wenn die ganzen Einheiten da in der Befestigung jetzt selber schon einiges an Schaden erleiden, weil wenn sie es sich anbietet, können wir auch versuchen die direkt da anzugreifen. Ja, das ist ein Schaden. Aber noch ein britischer Panzer, warum nicht? Zeug. Na, immerhin den auch was kriegen wir. Hat ja auch lange genug gedauert. Ne, ein Panzer, eine Garnison. Also U-Boote machen also tatsächlich was. Sehr westlich von England sind. Ein Chor in Persien. Das ist jetzt nicht so ganz die stark erhoffte Verstärkung. Aber schauen uns das mal für die nächste Folge an. Wir kriegen immerhin diesen Ort hier endlich. Hat ja auch lange genug gedauert. Sowjetische Moral 70% ist langsam am Fallen. Aber eher langsam. Sowjetische Moral 14%. Vielleicht geben die ja doch mal irgendwann auf. So, von Moskau. Wir konnten uns zumindest schon mal hier drin halten. Es regnet natürlich. Das ist jetzt ungünstig. Weil hier sehr sehr viel natürlich darauf beruht, dass unsere Luftwaffe groß Erfolge erzielt. Und Matsch und alles. Also sagen wir mal, wir sind schon in der Nähe von Moskau. Äh, wir kommen bloß noch nicht rein. Dann diese Einheiten haben zum Teil überlebt. Ihr dürft auch erstmal zurücklaufen. Dann die Italiener werden das erobern. Und dann wird den Rumänen wahrscheinlich hier nördlich vorstoßen. Ich meine, wenn wir diese Stadt mit sechs Armeen drinnen. Eine Orel erobern. Und das andere, wenn wir die einkesseln. Das wäre ein schöner Erfolg. Ja und hier bei Stalingrad. Immerhin ist also Wetter noch gut. Und da werden wir jetzt auch. Versuchen irgendwie. Einen Weg zu finden. Für die Spanien ja noch Süden. Für die Deutschen hier noch Osten. Oh, wir haben ja schon 3.0 direkt auf den. 5.1, also ja. Wir schauen uns das Ganze mal an. Die müssen sich hier weiter verteidigen. Wobei, also. Prophetische Einheit um die 100. Das waren es, glaube ich, letzt auch. Aber hat den Eindruck, jetzt nerven sie einen gerade umso mehr. Ja, das ist ein Panzer am Hochgebirge irgendwo. Tja. Und was. Jetzt regnet es in unserem Zug. Kann es in dem Zug bitte auch mal regnen. Die Zahl, was sie uns an Boden anhalten, entgegen schmeißen wird weniger. Und wir haben die Chance hier auch sehr, sehr viel wieder zu vernichten. Aber unsere Linie wird auch immer dünner. Naja. Haben wir die Aussicht. Ja, also. Ich würde sagen, wir müssen einfach in nächster Zeit massiv Armee dazu kaufen. Und irgendwie sehen. Ich weiß nicht, ob wir das hier wirklich noch zeitnah irgendwann gewinnen. Oder wie auch immer. Also in England. Irgendwie sehen nach Moskau. Wir sind so nah dran. So nah. Und auch hier. Wir sind so nah dran. Aber da stehen dann doch noch so viele im Wege. Naja. Alles mal sehen, wie sich das entwickelt. Dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020